Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold mit Bernie! Wir sind in Ebonhold City angelangt. Und unsere Pokémon sind alle fit. Und ja, ich habe vor, dass ich jetzt mal als erstes die eine Hütte da unten wieder abklappern werde. Und da setzen wir gleich mal Hündchen nach vorne. Ja, und dann gehen wir mal nach unten. Aber wir fahren mit dem Fahrrad. Was haben wir hier? Route 45, Bergweg voraus. Da ist eine Höhle. Uh, das Fenster, da gehen wir noch nicht rein. Und einmal runter, runter und da ist ein alter Mann. Sei auf alles vorbereitet. Lass mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Aha. Das ist sicher Gesteins-Pokémon, oder? Jaaaa. Macholo, Macholo, Macholo. So hängt das. Lass Hündchen. Kopfnuss. Puff. Jaaaa. Vohltreffer. Das geht ja wie im Schnürchen. 451. Und Macholo, Macholo, Macholo. Keine Ahnung. Wie ist der Wildhaar, oder wie? Boah, ich glaube ich bin 27. Und Kopfnuss. Haha, ich bin schneller. Oh, aber nur so wenig. Ja, ist ausgewichen. Und Kopfnuss. Aaaaaaah. Geowurf. Okay, was soll ich? Level 27. Also, dürft ihr aus 27 abziehen? Nein, sogar mehr? 28? Nein, Ruckzughüp. Ruckzughüp bin ich schneller, weil ich anfange. Oder so irgendwie geht das. Und Georock. Schauen wir mal. Wird sicher. Boah, meins ist besser. Kopfnuss. Meins sieht viel cooler aus. Oh mein Gott, so wenig. Hündchen, 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 hündchen. Boah, klar war der Glück gehabt. Und da setzen wir. Wassermann ein. Im Plaggator. Und nur 7. Da mach mal Surfer. Und surfen, surfen. Let's go surfen. Und jo. 387. Und Wanderer. Wieland. Oder Weiland. Singt wie. Oh, ich hab verloren. Ja, du hast verloren, weil du schwach bist. So. Da gehen wir schnell ein. Superdrank. Ja. Superdrank. Superdrank. Wo bist du? Da war ein Superdrank. Ein Hündchen. Genau. Und wir fahren weiter. Hier rüber. Ah, da kommen wir nicht weiter. Ah, da kommen wir an der Seite. Also müssen wir runterfahren. Und ein Pokéball. Oh, aber zuerst ein wilder Pokémonkampf. Was ist das? Teddy Ursa. Flucht. Und was haben wir hier? Topdrank. Das ist schön und fein. Eine Trainerin. Ich, die kämpfen wir jetzt. Welche Kämpftechniken verwendest du? Setze starke Attacken nicht völlig wirklich ein. Jetzt hätte ich fast völlig wirkungslos eingesagt. Gell, hätte ich fast gesagt. Miri. Oder Mira. Merrel. 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 Und Kopfnuss. Puff. Ist nicht so gut. Dann probieren wir mal. Ruckzuck. Ah, da ist Kopfnuss sogar besser. Nehmen wir Kopfnuss. Puff. Ah. Okay. Und dann nehmen wir. Tökel. Nehmen wir vor, ist ein wenig noch was. 334 GP und reicht Level 27. Schillock. Ist das ein Wassertrainer? Ah, da kommt jetzt nichts mit Top Top zum Trainieren. Und alle für Steinhammer. Das heißt. Donnerlamm. Oh, Schillock sieht voll super aus da. Und wir nehmen. Ah, nehmen Donnershock. Das müsste eigentlich reichen. Normal. Oder? Nein. Okay. Dann machen wir einmal Tackle. Einmal Tackle. Und schon ist es weg. Yeah. 735. Und erst wenn es jetzt noch ein Schillock. Da lassen wir jetzt aber. Mein. Donnerlämmchen. Und. Okay. Dann machen wir Donnershock. Puff. Schaut aus so ähnlich wie Donner. Nur ein bisschen. Ist Donner ein bisschen finsterer. Kommt mir vor. Und als Trainerin Mira. Gut. Dann habe ich eben verloren. Nein. Ebuli mag sich noch immer nicht entwickeln. Gehen wir hier oder hier. Gehen wir hier. Nein. So mit den Tränen auslassen. Shit. Er kann keine weiterhende zum Tragen. Beutel. Ähm. Was nehme ich da her? Wooc X. Es heißt dann. 20kp. Und dann nehmen wir X-Spezial mit. Und hopp. Und hopp. Ahhhhh. Zu weit. Neuval. Dann Pokémon. Und dann. Nach vorher. Warum ich auf Berge klettere. Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon daniere. Weil es sie gibt. Warum ich so gut aufsehe. Weil es mich gibt. Warum ich ein Wanderer bin. Weil es sie mich gibt. Warum ich Roma heiße. Weiß ich nicht. Warum ich einen Dichter habe. weil es gut ist ok, dann nehmen wir äh ok war vielleicht doch nicht so eine gute Idee oder doch oder doch oder nie oder doch, oder nicht, oder doch boah, was habe ich für eine Maße Wasser, wie für ein Glück boah Diktri äh, Wassermann los mein Impurgator, danke für Kano los Impurgator surfen surfen, surfen let's go surfen surfen, surfen yeah 885 Wanderer Roman wurde besiegt yeah, lange das gibt es auch warum habe ich verloren weil ich schwach bin warum bin ich schwach weil ich kein guter Trainer bin warum bin ich kein guter Trainer keine Ahnung Antipaar Beere nimm mal mit und was haben wir hier eine Beere, aber der Beutel ist voll ok wo kommen wir da an ah nirgendwo ok dann gehen wir runter und rüber was ist das angriffs plus pokémon nix pokémon Beutel schmeiß mir dann weg kack auf feuerheiler weg damit nehmen wir mit angriffs plus ok jo Leute und wir kämpfen in der nächsten Folge gegen diese Trainer also jo man sieht sich Leute bis zur nächsten Folge haut rein ciao ciao ciao